Salut und willkommen zum Lernvideo der Schülerhilfe. In diesem Video soll es um die Ordnungszahlen gehen, also die Zahlen, die eine Rangordnung angeben. Erstens, zweitens, drittens. Fangen wir doch da direkt mit den ersten beiden Sonderformen an. Möchtest du sagen, der erste, sagt man im Französischen le premier. Anders als im Deutschen, wo wir das mit einem Punkt kennzeichnen, schreiben die Franzosen Buchstaben über die Zahlen. Da premier mit er endet, steht auch über der 1 ein er. Ja, die erste heißt la première. Achte hier bitte auf den Akzent und da das Wort mit RE aufhört, steht auch über der 1 ein RE. Für der zweite sagt man le second. Das Wort endet mit ND, also steht auch über der 2 ein ND. Die weibliche Form, la seconde, endet mit NDE und deswegen steht auch über der 2 ein ND. Das sind die zwei Sonderformen, wobei man die zweite Sonderform sehr selten sieht. Man sieht eher die regelmäßige Bildung, nämlich le la deuxième. Hier sieht man auch schon, dass die Ordnungszahlen aus zwei Teilen bestehen. Einmal aus der Grundzahl, in dem Fall DE und angehängt IEM. Für le und la ändert sich auch nichts in der Schreibweise. Zweitens heißt also le la deuxième. Hier steht über der Zahl einfach nur ein E und das auch für alle weiteren Zahlen. Troisième, drittens. Achtung, bei Quatrième hat sich was verändert, denn Quatre wird ja mit E geschrieben. Das fällt aber hier bei der Ordnungszahl weg. Bei Quatrième hat sich noch ein U eingeschoben. Die nächsten bilden sich wieder regelmäßig. Cisiem, Septiem, Ruitiem. Aber bei Neuvième haben wir wieder eine Sonderform. Neuf endet mit einem F. Bei der Ordnungszahl Neuvième ist das aber zu einem weichen V geworden. Diziem, auch wieder regelmäßig. Und ansiem, dort fehlt auch wieder das E, da ans auf einem E endet. Auch bei den zusammengesetzten Zahlen sieht das ähnlich aus. Haben wir die Zahlen mit 1, also 21., 31., haben wir 21. Achtung, hier steht zwar nur ein A, trotzdem wird es wie das weibliche Ü ausgesprochen. Uniem. Schauen wir uns dazu mal drei Beispiele an. Das 21. Jahrhundert heißt le 21. Siecle. Die Formen gleichen sich aber in dem Geschlecht, also ob es männlich oder weiblich ist, und auch in der Anzahl, es ist singular oder plural, an das Nomen an. Zum Beispiel les premiers jours. Dort haben wir les jours. Jour ist männlich. Deswegen nehmen wir die männliche Form von erstens, premier. Und da es Mehrzahl ist, haben wir noch ein S angehängt. Bei die ersten Blumen, les premières Fleurs, haben wir wieder les Fleurs. Das ist aber jetzt weiblich und Mehrzahl. Und deswegen nehmen wir die weibliche Form mit einem Mehrzahl S. Auch benutzen wir die Ordnungszahlen, um Herrscher, um die Rangordnung der Herrscher auszudrücken. Zum Beispiel Napoleon I. würde heißen Napoleon I. Achtung, nicht Napoleon I, sondern nur Napoleon I. Haben wir aber eine Zahl, die nach der Eins folgt, zweitens, drittens und so weiter, nehmen wir nicht mehr die Ordnungszahl, sondern ganz normal die Grundzahl. Zum Beispiel Ludwig XIV. würde heißen Louis XIV. Und nicht XIV. Auch benutzen wir die Ordnungszahlen, um Brüche zu bezeichnen. Bruchzahlen setzen sich zusammen. Im Zähler steht die Grundzahl, im Nenner steht die Ordnungszahl. So wird aus ein Fünftel en cinquième. Haben wir aber mehr als eins, nämlich zwei Fünftel, deux cinquièmes, müssen wir auch hier ein Mehrzahl S anhängen. Hier gibt es drei Sonderformen, die man lernen muss. Und für ein Halb, en demi, für ein Drittel, en tiers, für ein Viertel, en quart. Fassen wir das Ganze doch nochmal kurz zusammen. Die Ordnungszahl gibt also eine Rangordnung an, erstens, zweitens und so weiter und setzt sich zusammen aus der Grundzahl und angehängt I. So, für zweitens, deux, I.M., deuxièmes. Wir bezeichnen diese Zahlen mit einem E über der Zahl. Achte auf die Zahlen, die auf ein E enden. Diese verlieren dieses E, wenn sie zur Ordnungszahl wären. Bei cinquième wird noch ein U dazwischen gesetzt und bei nevième ändert sich das F zu einem weichen V. Nevième. Die Sonderformen für der Erste, die Erste sind le Premier und la Première. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal. Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.